Kennen Sie das? Sie sitzen vor einem Word-Dokument mit einer Überschrift, haben es vielleicht schon formatiert und ringen um den ersten Satz. Oder haben vielleicht schon viel geschrieben, wissen aber nicht, ob das wissenschaftlich klingt. Oder Sie merken, nur weil Sie in der Schule gut in Deutsch oder Englisch waren und eine vorwissenschaftliche Arbeit oder Facharbeit geschrieben haben, wissen Sie gar nicht so genau, was von Ihnen erwartet wird. Schließlich sind Sie gerade erst dabei, sich in Ihrem Studium zu orientieren. In der Schule hat man Sie schreiben lassen, damit Sie es lernen. Später, um zu überprüfen, ob Sie etwas wissen oder auch verstanden haben und im besten Fall umsetzen können. Natürlich werden Texte auch an der Uni benotet, aber Wissen über Quellen, Inhalte und Textsortenwissen sind jetzt die Voraussetzung für das, was man von Ihnen erwartet. Wissenschaftliches Schreiben ist eine Form der individuellen Auseinandersetzung mit Theorien und Forschungsergebnissen und zwar zunächst der Forschungsergebnisse anderer. Je tiefer Sie in Ihr Fach einsteigen, desto besser werden Sie in der Lage sein, diese zu hinterfragen, zu bewerten und aus einer eigenen Perspektive zu betrachten. Denn darum geht es letztendlich beim wissenschaftlichen Schreiben, um die Argumentation der eigenen Perspektive bzw. die Darstellung eigener Forschungsergebnisse und Erkenntnisse im Kontext des Faches. Angekommen sind Sie im wissenschaftlichen Schreiben, Denken und Arbeiten, wenn Sie beginnen, selbst neue Erkenntnisse beizusteuern. Keine Sorge, bis dahin haben Sie noch Zeit. Es sollte Ihnen nur klar sein, egal welches Fach Sie studieren, am Ende eines jeden Studiums steht die Abschlussarbeit. Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die notwendig sind, um diese zu bewältigen, sind kein angeborenes Talent, sondern das Ergebnis eines Lernwegs, in dessen Anfang Sie jetzt stehen. Auch wenn Genie gelegentlich hilft, nur genaues Arbeiten wird Sie ans Ziel bringen. Denn wissenschaftliches Schreiben ist ein Handwerk. In dieser Lektion geht es erst mal um eine Orientierung. Erschrecken Sie nicht. Die Grafik gibt Ihnen einen Überblick darüber, was für das wissenschaftliche Schreiben letztendlich alles eine Rolle spielt. Jeder Text hat einen Inhalt, folgt Vorgaben und Konventionen, also Formalia, und entsteht in einem Schreibprozess, jeweils dargestellt in den großen Kreisen. Welche Themen für das Entstehen eines wissenschaftlichen Textes jeweils eine Rolle spielen, ist lose um die Kreise herum angeordnet. Manche werden Ihnen bereits vertraut sein. Hier bringen Sie aus dem schulischen Schreiben eine Basis mit, andere neu. Je umfangreicher ein Schreibprojekt ist und im Studium werden die Texte immer umfangreicher, desto wichtiger werden die Organisationen Ihrer Quellen und später Daten und Ihr Zeitmanagement, als Ihre Fähigkeit, sich zu organisieren. Wie schon erwähnt, es reicht nicht, das Wissen anderer einfach nur darzustellen. Letztlich werden Sie auch einen eigenen Standpunkt argumentieren müssen. Aber keine Sorge, in der ersten Arbeit erwarten die allermeisten Universitätslehrenden das noch nicht. Was den Studierenden anfangs neben der Wissenschaftssprache die größten Bauchschmerzen bereitet, ist das Zitieren und damit verbunden, die Angst zu plagiieren. Auch wenn wir uns diesem Thema erst in Lektion 2 widmen, kann ich Sie jetzt schon beruhigen. Wenn Sie sauber arbeiten, haben Sie nichts zu befürchten. Einen guten Weg, wie Sie das hinbekommen, erfahren Sie in Lektionen 3 und 4. An dieser Stelle ist es mir nur wichtig festzustellen, über das wissenschaftliche Schreiben muss man viel wissen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen und überlegen Sie sich, zu welchen Themen der Grafik Sie schon Kenntnisse mitbringen und was Sie noch lernen müssen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie weiter. Das Gemeine ist, mit dem Verständnis des wissenschaftlichen Schreibens verhält es sich wie mit dem Fahrradfahren. Wenn man es kann, kann man nicht mehr nachvollziehen, was daran mal schwierig war. Und weil man in unserer Universitätskultur früher davon ausgegangen ist, dass man Schreiben in der Schule lernt und dann Talent hat oder eben nicht, haben es sich die meisten ihrer Dozentinnen beigebracht, ohne die notwendigen Schritte jemals zu benennen oder selbst benannt zu bekommen. Das ist der Grund, warum vieles, was man in Ihrem Fach über wissenschaftliches Schreiben wissen sollte, nicht explizit benannt wird. Ein Tipp, Nachfragen hilft. In dieser Lektion erklären Universitätslehrende aus unterschiedlichen Disziplinen, wie sie wissenschaftliches Schreiben sehen und was sie von Studierenden am Anfang ihrer Uni-Karriere erwarten. Wir haben für sie auch Studierende gefragt, wie es ihnen ergangen ist und welche Tipps sie ihnen mitgeben würden. Dann werden wir gemeinsam aus schreibdidaktischer Perspektive schauen, wie ein Schreibprojekt beginnt und typischerweise verläuft.